Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Bevor wir anfangen, möchte ich ein paar Interner klären, hauptsächlich ein Interner. Und zwar, der Timo und ich wollten eigentlich diesen Podcast total lustig beginnen, indem wir einfach nichts sagen, wann es zum Film gepasst hätte. Bis uns klar geworden ist, das hätte uns ordentlich dann, ja, die Schuhe fallen können. Deswegen machen wir einen ganz normalen Anfang leider. Hallo zum Tele-Stammtisch und hallo zur Besprechung von Sighted Night, Stummer Rache und hallo Timo. Hallo. Ist schon schade, weil ich glaube, so 20 Minuten lang ein Podcast, wo nichts gesagt wird, wäre schon interessant. Ja, ich hätte auch gesagt, das wäre so, also Minimum 23 bis 28 Minuten gewesen. Ich weiß nicht, wie die Absprungenzahlen gewesen wären. Ich, vielleicht hätte aber auch, das wäre so, im Office wäre das so gewesen, dass der Chef uns einen Tag später reinruft und sagt, bitte einmal kommen und erklären. Verstehe ich nicht, was soll das? Das ist nicht lustig. Und man weiß ja, Witze, die man erklärt, sind immer die besten. Ja, und vor allem, wenn man dann sitzen würde und sagen würde, das ist nicht lustig und man sitzt da und sagt, doch. Doch. Nein, wir schweigen später. Genau, also, oder, aber ihr macht es ganz einfach, ihr schaltet jetzt auf Mute und schaltet in den letzten zwei Minuten mal am Fazit wieder den Ton an, dann habt ihr, glaube ich, denselben Effekt. Ähm, ja, gut. Sighted Night, Stummer Rache ist nicht irgendein Actionfilm, lieber Timo. Es ist nämlich eine Rückkehr, nämlich von John Who zurück nach Hollywood nach über 20 Jahren. Bevor wir uns also um den Film Sight Night kümmern, kümmern wir uns erstmal um den gewährten Herrn Who. Lieber Timo, wie stehst du zu John Who? Und ich weiß ja, dass du einer der wenigen Leute bist, die, glaube ich, sogar mit seinem Mission Impossible 2 etwas anfangen. Ja, ich werde auch nicht müde zu behaupten, dass Mission Impossible 2, nein, das ist kein verkanntes Meisterwerk, aber ich mag den einfach gerne. Der hat so die Wu-Tropen drin und das ist so ein wohliges, nostalgisches Bett, in das ich mich mal gerne fallen lasse. Ich mag John Who echt gerne. Ich weiß, dass es alles sehr, sehr pathetisch, das ist manchmal auch ein bisschen zu sehr Form über Inhalt und Style over Substance, aber es sieht halt einfach geil aus, muss man mal sagen. Es hat so diese Themen, die John Who immer reinbringt, so Loyalität, Freundschaft, das sind so universelle Dinge, die dann echt so in verschiedenen Tonarten auch schon gekommen sind. Und das hat er, finde ich, sogar recht gut in so was wie Operation Broken Arrow reingerettet. Da ist natürlich jetzt so, da reicht die gemeinsame Zeit zwischen Christian Slater und Travolta nicht aus, um zu checken, die sind halt wirklich wohl Buddies. Aber das ist so, ich finde, man erkennt einfach, und das mag ich ja gerne, wenn man einen Film erkennt an gewissen handschriftlichen Dingen wie Visualität und an Themen. Und das, finde ich, ist John Who. Ich mag echt Hardpoint richtig gerne, ich finde The Killer gut. Ich mag sogar Hard Target, muss ich ehrlicherweise sagen. Und jetzt kommt's, neben Mission Impossible 2, ich mag auch Paycheck. Also diese von vielen verpönte letzte US-Auftragsarbeiter für Paramount. Ich finde, der hat was. Okay. Ich hab Paycheck gesehen und fand den echt nicht gut, aber das ist jetzt auch wirklich lange her. Ich hab mich nicht näher mit diesem Film beschäftigt. Eine Frage, bist du jemand, der erst durch seine Hollywood-Filme zu John Who gekommen ist oder kannst du ihn vorher schon? Ich bin andersrum rein. Also ich bin erst, Begegnung war Operation Broken Arrow und dann rückwärts. Dann bin ich durchgegangen. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ich damals Face Off nicht im Kino sehen konnte, weil ich zu jung war. Und dann hat's noch fünf Jahre gedauert, bis ich den auch wirklich mal gesehen habe. Aber ich feier den halt sehr ab. Ich feier den aber genauso ab wie Hard Target, äh Hard Target, Hard Boiled. Ich finde, Hard Boiled sieht einfach so geil aus. Das ist so, ach, das ist so. Ich finde, so muss Action halt auch inszeniert sein, sodass man's wiedererkennt. Und ich hab hier bei Silent Night immer nur so ein bisschen geguckt, so sind meine erwarteten Tropen drin. Und jetzt gucken wir mal, wie das sich im Film anfühlt. Und ihr könnt ja dann nachher sehen, ob ich das bestätigt habe oder nicht. Wie ist das bei dir denn? Ähm, ähnlich. Also bei mir war es so, ich würd sagen, Face Off war bei mir so der Startschuss. Ich war damals Leser der Cinema und da wurde Face Off sehr hofiert als bester Actionfilm aller Zeiten. Und auch wenn der Film mit den Jahren bei mir einiges verloren hat, erkenne ich immer noch seine Qualitäten an. Und es ist auch so eine Art von Film, wo ich mir denke, ah, irgendwie sowas ähnliches müsste es mal wieder geben. Ähm. Und es ist ein, ein sehr, ein uniker Film, um es mal so auszudrücken. Und danach hab ich mich ein bisschen mehr mit Who beschäftigt. Und wir wissen ja auch alle, dass seine Hongkong-Filme auch eine sehr bewegte Zensurgeschichte in Deutschland haben. Mhm. Und deswegen war es auch nicht immer so einfach, die Filme in der besten möglichen Qualität zu sehen. Ich hab sie aber, glaub ich, so gut wie alle jetzt nachgeholt. Und die sind schon sehr eigen. Und ich geb dir auch vollkommen recht, du erkennst einen John-Who-Film. Du musst, John-Who-Filme, du musst nicht sagen, es ist ein John-Who-Film, du erkennst es. Äh, gerade in seiner Hochphase. Und, ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so mit Sachen wie Windtalkers oder auch jetzt Paycheck meine Probleme hatte. Weil, ist, dass die wirken auf mich, vor allem Paycheck, sehr austauschbar. Ich mein, Mission Impossible 2 ist ein John-Who-Film, das merkst du sofort. Aber Paycheck, meine ich, war wirklich so, dass ich dachte, wer hat den da inszeniert? John-Who merke ich gerade nicht. Ich verstehe den Punkt. Ja, also da ist schon wenig Handschrift drin. Ja, auf der anderen Seite bin ich ja auch jemand, der zum Beispiel sagt so, boah, Guy Ritchie, bitte hör auf mit deinen britischen Gangster-Filmen, ich kann's nicht mehr sehen. Oder lieber Wes Anderson, hör bitte auf mit deiner ewigen Symmetrie. Es nervt mich. Ich kann nicht genau sagen, warum mir bei John-Who das, in Anführungszeichen, wichtig ist, dass er John-Who ist. Also von seiner Inszenierung her. Und bei anderen ist es mich aufregt. Vielleicht, ja, einfach persönliche Präferenzen. Jedenfalls, wir beide sind, ich würde uns mal so beschreiben, wir sind schon Who-Fans, aber wir sind keine Hardcore-Fans. Stimmt das so? Nö, genau. Also ich muss zu meiner Schande noch sagen, dass ich sogar diese, ich glaub, die heißt im Original Once a Thief, diese TV-Serie, die Unfassbaren heißt die, glaub ich, die lief damals mal auf ProSieben. Und das war, da gab's einen Pilotfilm. Die Serie selber hab ich dann nie gesehen, aber ich fand den Pilotfilm damals schon so grandios. Und auch da, das ist halt das Coole, find ich, an John Wood. Dem kannst du halt wenig oder viel Geld geben und es sieht trotzdem immer zumindest nach was aus. Außer du bist Van Damme und musst mit dieser Frisur irgendwie in Hartage drum laufen. Dann wird's schwierig. Ja, aber die Powerlocke ist auch irgendwie schon, ich rede jetzt ja neidisch auch im Laufe der Jahre ist da Neid gekommen über diese volle, tolle Haarpracht mit diesem bisschen, dieser Wetlook, wie wir's glaub ich sagen. Der ist schon auch, es ist schon ein steiler Zahn da, der John Claude. Das stimmt. Die ist very sexy. Ja, lass uns mal über jetzt Silent Night, Sturm Rache reden. Und wenn du willst, überlasse ich dir gerne die Synopsis. Und ich weiß, es wird lang, aber ich geb dir alle Zeit der Welt. Bitte, worum geht es in Silent Night, Sturm Rache? Es geht um Rache. Also überraschenderweise, weil für uns Deutsche brauchen wir natürlich noch einen guten Untertitel. Ich glaube, die Hauptfigur heißt Brian, gespielt von Joe Kinnam. Goodlock. Wie heißt der? Kindermann? Ich kann den immer nicht aussprechen. Kinnaman. Kinnaman ist ja, glaube ich, gebürtiger Schwede. Und der erlebt ein traumatisches, tragisches Erlebnis und muss daraufhin auch fürchten, dass er stirbt. Denn er wird von einem bösen Gangsterboss, wird er in den Kehlkopf geschossen. Aber er überlebt das Ganze, nachdem er so ein bisschen Blutsuppe in der OP kocht. Das ist eine der ekligsten Szenen, die der Film auch zu bieten hat, wie ich finde. Und er kann aber nicht mehr sprechen. Er kann noch so ein bisschen schreien, aber auch nicht so richtig. Aber das ist halt irgendwie auf seine akustische Möglichkeit des Ausdrucks gekommen. Und er kann nicht mehr sprechen. Er hat einen Verlust erlitten. Der wird am Ende oder am Anfang noch so ein bisschen im Dunklen gelassen und entfremdet sich von seiner Frau. Aber er hat irgendwann so den Plan nach diversen klischeehaften Alkohol-Eskapaden. Es muss darum gehen, alle umzubringen, die schuld an seiner Misere sind. Und dann geht es halt rund. Irgendwann. Irgendwann. Dankeschön. Ja, eine Sache ist, glaube ich, somit das Hauptverkaufsargument dieses Films. Und zwar, der Film ist so gut es geht nonverbal. Abgesehen von Funksprüchen, von Fernseheinblendungen oder von so gewissen leichten Stammeleien oder von, ich glaube, irgendwann wird mal so Zeilen eines Briefes vorgelesen. Dann ist dieser Film wirklich nonverbal. Visuelles Storytelling steht hier ganz groß auf dem Passierschein. Und ich finde, das ist interessant. Ich finde aber auch, es macht den Film teilweise, also ich finde, er forciert das so sehr, dass es schon Szenen gab, wo ich immer darauf geachtet habe, okay, wie schaffen sie es jetzt, dass ich verstehe, was das soll. Das hat dazu geführt, dass es niemals so gewirkt hat, die Handlung, dass sie fluid vor sich her läuft. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich finde, der Film hat ein absolutes Tempoproblem. Also der ist wirklich für 105 Minuten sehr, sehr langatmig. Ich sage immer sehr, sehr, das muss ich mal aufhören. Er ist sehr langatmig. Und es verkommt leider zu so einem Gimmick. Also so wie so ein Ego-Shooter-Perspektive in Hardcore Henry oder so Gimmicks wie One-Takes in 19... Oder der One-Take, der ja keiner ist, in 1917 oder auch in Action-Sequenzen. Spoiler-Alarm vielleicht auch hier. Es gibt so eine Art One-Take auch hier. Ich finde, das ist halt sehr, sehr bemühtes Gimmick. Und es steht fast dem Film ein bisschen im Weg. Denn, mach uns nichts vor, es gibt einfach Szenen, in denen Sprechen komplett organisch normal wäre. Und man sich die Frage stellt, wieso redet diese Person denn gerade nicht? Und es ist natürlich nicht die Hauptfigur Brian, die nicht mehr reden kann, sondern es sind andere Figuren. Ich habe wirklich eines oder andere Mal gedacht, warum redet der jetzt nicht? Und der redet halt nicht, weil es das Drehbuch so will und das Gimmick so will. Und deswegen bin ich da überrascht. Ich dachte wirklich, das kriegt mich, aber es hat mich eher ratlos zurückgelassen. Ja. Es ist auch so, dass die Geschichte halt so einfach ist, dass du auch... Ich habe das Gefühl, okay, du brauchst auch keine Worte mehr, weil es ist klar, was du willst. Wenn sie ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, eine anspruchsvollere Geschichte erzählt hätten, dann wäre es, glaube ich, auch noch beeindruckender gewesen. So hatte ich das Gefühl, nach 20 Minuten ist klar, worauf es hinausläuft. Und dann haben wir halt diese Phase, wo der Film dir sehr genau erklärt, wie er sich vorbereitet. Es ist ja so, dass seine Stimme verliert an Weihnachten, hat er ein Jahr Zeit, sich vorzubereiten. Dann am nächsten Weihnachten soll er eben seinen Rachefeld so vonstatten gehen. Und er bereitet sich vor. Er schaut YouTube-Videos, die ich sehr lustig finde. Der hat beispielsweise mit einem Messer jemanden am besten ausweitet, wo ich dachte, ja, ich weiß, sowas gibt es. Aber es ist trotzdem so lustig, wenn du das einfach nur anguckst, in welcher Selbstsicherheit diese Leute da stehen. Ja, dann nehme ich das Messer und dann haue ich ihm das da rein und so rein. Und so können sie den Angreifer ausschalten. Okay, cool. Er trainiert natürlich. Wir haben auch diese obligatorische Szene so, ja, drei, vier Klimmzüge und zack, da ist es das Sixpack. Es ist alles nett gemacht. Vor allem, weil ich auch Joel Kinnaman diese Rolle ganz, ich fand ihn ganz gut. Also er hat die notwendige Ausstrahlung. Ich kaufe ihm halt den trauenden Vater genauso ab wie den eiskalten Rächer. Aber das ganz große Problem ist für mich halt einfach. Und der Film hat für mich eine große Stärke. Aber diese eine große Stärke ist nicht die Action. Weil wenn diese Action kommt und es dauert, es dauert wirklich, nochmal, es dauert nicht ein bisschen, es dauert nicht nur lange, es dauert verdammt lange, bis der Action kommt. Und wenn dann Hood seine Action liefert, ist sie auch gut gemacht. So ist es nicht. Aber es tut mir leid, es war nie so der Moment, wo ich dachte, boah, das finde ich gerade richtig beeindruckend, diese Action. Das war alles solide, gut durchkonzipiert. Er hat so ein paar Tropen, die er benutzt. Auch wenn man sagen muss, dass er seine Tropen tatsächlich nicht so wild und so hemmungslos benutzt wie gedacht. Also es gibt keine weißen Tauben. Es gibt nicht Papagei, aber keine weißen Tauben. Das beidhändige Schießen fällt fast komplett raus. Es gibt kein Schlittern über den Boden. Es gibt keine Wendungen. Es gibt fast so gut wie kein Mexican Stand-Off. Es wirkt so ein bisschen wie ein John Who, der entweder sich gedacht hat, ich habe keinen Bock mehr. Oder der sich gedacht hat, ich bin jetzt 77 Jahre alt. Ich habe schon alles gezeigt. Ich mache jetzt mal eine ruhige Kugel. Jetzt habe ich viel geredet. Aber du hast da echt einen Punkt, weil du, also ich bin da rausgegangen und habe dann die Todesfrage gestellt, weil natürlich, das ist das Comeback nach, ich glaube fast 20 Jahren Hollywood-Abstinenz. Von jemandem, der aus Hongkong kam und in Hollywood quasi groß rauskommen sollte. Und ja, im Endeffekt muss man ja ehrlich sein, einen Hit hatte, nämlich Face-Off. Die anderen sind ja nun jetzt nicht so Weltklasse gelaufen. Also Windtalkers, natürlich Mission Impossible 2, da haben wir ja schon gesagt, den mag wirklich mittlerweile fast niemand mehr außer meiner Person und der komische Typ von Nerd und Kultur. Aber also der Marco heißt er, glaube ich. Und der Herr Schröckert mag ihn auch. Ja, stimmt. Ja, natürlich, der mag ihn auch. Aber der ist halt auch Wu Ultra. Das ist ja so ein bisschen Befangenheit. Aber du fragst dich ja, und das habe ich halt auch gefragt, warum für diesen Stoff, für diesen Film aus dieser Hollywood-Rente, in Anführungsstrichen, warum dafür zurückkehren? Also was bewegt dich jetzt, das zu drehen? Möchtest du der Story deine Note verpassen, die du gerade angesprochen hast? Also willst du deine Tropen nochmal zeigen? Denn das ist ja das Argument von John Woo gewesen. Ihnen hätte das Drehbuch so gefallen. Weil der ganzen Mist, also es sei ja keine bewusste Entscheidung gewesen, nicht mehr in Hollywood zu bleiben, sondern die Drehbücher seien einfach scheiße gewesen. Dann frage ich mich, wie kommst du denn auf die Idee, dass das jetzt ein Riesendrehbuch ist? Also ich meine, der Schreiber, der hat unter anderem so ein Til-Schweiger-Vehikel vor 15 Jahren gemacht, den kein Mensch gesehen hat. Ich habe es nicht verstanden. Und ich bin da komplett bei dir. Ich fand, die Action ist okay. Sie ist sicherlich immer mal wieder so, dass man merkt, dass er es kann. Ich nehme mal so ein Beispiel. Figuren kommen in einen neuen Raum und kämpfen dort. Und du hast innerhalb von drei Takes ein Gefühl des Raums. Du weißt, wo alles ist. Und trotzdem hast du nicht dieses, ah, guck mal, der macht irgendwie so wie Michael Bay so einen Circle-Shot dreimal, sodass ich verstehe, ah, guck mal, so sieht der Raum aus und wie geil kann ich die Kamera bewegen. Sondern der macht halt, guck mal, das ist der Raum. Zwei Schnitte, drei Schnitte. Und du hast sofort, ah, da liegt das. Da ist der Bärkugel. Da ist der, wie heißt das, der Kö. Da ist der Tisch. Und du weißt, das kann man benutzen als Waffe. Das kommt dann nicht irgendwie so, wenn es benutzt wäre, wäre es nicht so, ah, wo kommt das denn jetzt her? Sondern du siehst einfach alles vorher. Das merke ich, da ist John Woo in seinem Element. Der Rest war für mich, ich will es nicht austauschbar sagen, aber so, ich hatte nicht so das Gefühl, dass so die Bilder an das herankommen, was mir Woo früher geliefert hat. Und das mag ein bisschen vielleicht dem Geld geschuldet sein und dem Budget, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, er hat diesen Film gemacht oder machen wollen, weil er da einfach eine Möglichkeit gesehen hat, sich auch ein bisschen auszuprobieren. Denn die Action ist okay, gut sogar, aber halt nicht herausragend oder nicht, wie man es von John Woo erwartet. Ich finde aber, was der Film herausragend gut macht, ist, wie er halt wirklich Sachen erzählt. Da sind halt Sachen drin, zum Beispiel jemand weint und die Träne tropft so runter und er schneidet um zu einer fallenden Patronenkugel. Das sind so ganz viele von diesen Momenten. Ich hatte echt das Gefühl in einer gewissen Zeit, ich glaube, dass John Woo die Action in diesem Film scheißegal ist. Das ist so ein bisschen as usual, komm, mach ich mal eben schnell. Hier ein bisschen ballern, da ein bisschen ballern, gut ist. Aber tatsächlich die Geschichte, ich glaube, das hat ihn interessiert, die Geschichte wirklich nonverbal zu erzählen. Dass die Geschichte natürlich auf den Bierdeckel passt, sei reingestellt. Aber das fand ich wirklich, das war die Stärke des Films. Wie er Sachen nonverbal erzählt. Das hat mir wirklich gefallen. Und was ich mich dann auch gefragt habe, Wir leben ja in einer glücklichen Lage, dass wir durchaus wirklich viele gute Actionfilme hatten. Gut, das hier hatte auch ein paar Graupen. Grüße an Sylvester Stallone an dieser Stelle. Aber solche Sachen wie der Mission Impossible-Reihe, Mad Max, Extraction, natürlich die John Wick-Filme, die alle sehr gut ankamen und die sich alle auch immer so ein bisschen der Einfachheit verschrieben haben. Keiner dieser Filme hat eine wirklich anspruchsvolle, breit gefächerte Geschichte. Das ist alles sehr reduziert. Und jetzt kommt John Who hier an und der entschlackt das so weit, dass er selbst die komplette Sprache rausnimmt. Und ich muss sagen, ich finde das beachtlich. Ich sage nicht, es funktioniert unglaublich gut, aber ich finde das beachtlich, weil irgendwie dachte ich mir nach dem Film, also man kann von John Who sagen, was man will, aber der Mann hat nicht Eier aus Stahl. Er hat aber gleichzeitig so ein bisschen, oder es wirkt, gerade die von dir beschriebene Szene mit der Träne wird zur Kanonenkugel oder Pistolenkugel, ist natürlich auch so eine, für ihn eine leichte Fingerübung, weil er es einfach so kann. Also das ist, das würde anderen Regisseuren wahrscheinlich gar nicht einfallen oder zumindest wäre es da, würde es sich da nicht so normal anfühlen. Und da kann er dann seine, seinen durchaus ja vorhandenen Hang zur Visualität da gut ausleben. Ich hatte, beim Visual Storytelling bin ich voll bei dir. Was meine Schwierigkeit war, ist, dass der Stoff so wenig ausgeschmückt er sein kann und so roh wie er da ist, hätte er doch so ein, zwei Möglichkeiten gehabt, etwas zu ergründen, was ich in diesem Revenge-Genre nicht so häufig sehe. Also es gibt ja dann die von dir richtig beschriebenen Videotutorials mit den Messerattacken und du hast so einerseits das Gefühl, der Gore-Bauer in mir denkt, okay, das wird nachher auf jeden Fall eine Schlachtplatte. Da kommen wir vielleicht noch später darauf zu tun, inwieweit das eingelöst wird. Und andererseits fragt man sich, das ist ja ein ein Normalo, ein Joe Somebody, der Brian heißt. Und der, also die Frage, die ich mir stelle ist, wie ist das denn eigentlich so mit Gewissensbissen oder mit, ich stehe jetzt doch vor dem oder einem der Peiniger und kann ich denn jetzt überhaupt abdrücken? Kann ich das Messer reinrammen? Weil das ja schon noch vielleicht eine Hemmschwelle gibt. Und da greife ich jetzt nicht vorweg. Es gibt einmal eine Szene, wo sich Brian übergeben muss nach dem, was er tut. Aber das ist das dann auch. Also es gibt halt nie diese Frage, ich brauche es gar nicht, moralisch ist das richtig oder falsch? Weil das ist von Anfang an klar, dass für den Film das total richtig ist, was Brian hier tut. Und auch da könnte man sicherlich mit dem Finger in der Wunde sagen, naja, so ein, zwei Dinge, die er tut, sind, wie ich finde, zumindest fragwürdig. Aber es ist halt vielleicht schon ein milder Spoiler, deswegen versuche ich es ein bisschen zu umschiffen. Also zwei Sachen dazu, das eine, diese Szene, wo er kotzt, die fand ich irgendwie befremdlich, weil er davor schon Sachen gemacht hat, wo ich dachte, warum kotzt du jetzt erst? Ja. Weil er davor auch Sachen gemacht hat, die ich auch noch in Anführungszeichen grausamer fand. Was ich hingegen ganz gut finde, es gibt eine Szene, die kann man, glaube ich, hier grob beschreiben, weil da gibt es auch schon offiziellen Sneak Peek zu, wo er halt jemanden befragt. Und er stellt sich halt da in Anführungszeichen ein bisschen dumm an. Also da merkt man halt, er ist halt kein Profi. Und das gefällt mir ganz gut, dass sie versuchen zumindest, ihm noch so ein bisschen die, so, ja, den Everyman in ihn drin zu lassen. Das wird aber oftmals auch wieder vergessen und kommt dann immer wieder zum Vorschein nach dem Gefühl, wenn es die Dramaturgie gerade benötigt. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube nämlich, ganz ehrlich, gib mir einfach eine Szene, wo er so irgendwie so über sich hinauswächst und dann kaufe ich dem auch ab, dass er halt einfach jetzt, was ich, Superman ist und eine Nina mit. Das würde mir, glaube ich, mehr gefallen als dieses, äh, Möchtegern, diese Möchtegern-Tiefe, die der Film aber letztlich nicht bietet. Weil das ist einfach zu wenig. Du kannst mir nicht zeigen, dass der irgendwie drei, vier Leute abknallt und beim fünften dann plötzlich, den er auch noch relativ unsichtbar, nenn ich es mal, dann tötet, dann plötzlich Gewissensbisse bekommt. Das ist, das kaufe ich dem Film nicht ab. Das ist ein bisschen unelegant, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, das ist der Punkt, da habe ich echt gedacht, da, da, da hätte ich auch, ehrlich gesagt, von, von Wu mir mehr erwartet und würde fast sogar denken, dass da eines der größten Beine ist oder einer der größten Pferdefüße, den dieses Gimmick, wir drehen einen stummen Film sozusagen, also einen, in dem nicht gesprochen wird. Ich habe so das Gefühl, das hätte man mit, da hätte man einfach ein paar Dialoge gut gebrauchen können. Also von, nicht nach dem Motto, versuchen sie es nicht zu verstehen, sie müssen es fühlen, aber ich bräuchte, ich hätte mich gefreut, wenn man diesen, es ist ja immer schwierig, den Film quasi zu dem zu, wegzuentwickeln, was er denn ist und man versucht, was Besseres daraus zu stricken, aber das hätte ich noch so als, als Facette mir gerne angeschaut. Wie macht er das visuell? Wie macht er klar? So diese, diese doch ja schon innere, Unruhe, was jetzt auch bevorsteht. Also er wird ja dieser Countdown gemacht und ich meine, also ich sage es nochmal, der Plan, den ich ja jetzt nicht offenbaren will, der erscheint mir jetzt auch eher unlogisch, aber das ist jetzt bei John Woo jetzt auch nicht die größte Vorstelle, die sollte man vielleicht nicht aufmachen. Und vor allem ist es auch so, dass er ja, dieser Plan auch relativ amoralisch ist, weil letztlich wir ja auch sehen, dass dieser Plan dafür sorgt, dass auch unschulige Leute weit sterben. Ja und ich hatte gleichzeitig das Problem, dass das ja eigentlich der Grund ist, warum er, jetzt können wir auch rausschneiden, oder können wir auch rausschneiden, erzählen wir jetzt, was eigentlich das Problem ist, warum er Rache üben muss? Achso, nee, das können wir sagen, das wurde überall schon spargiert, dass sein Sohn gestorben ist. Gut. Das ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Also wenn ihr euch jetzt beschweren wollt, dann nicht bei uns, das steht überall. Wenn ihr den Film googelt, das ist der zweite Satz, der da steht. Und sei mir ganz ehrlich, es ist halt ein Rache-Film. Genau, er wird sich nicht rachen, weil er irgendwie, es ist jetzt nicht, er hat mir den Hamburger, den letzten Hamburger weggegessen. Ich hab gesagt, ohne Zwiebeln. Ja, genau. Ich möchte jetzt frühstücken. Warum kann ich denn jetzt zwei Minuten später nicht frühstücken? Falling down, falls jemand die Reministenz nicht versteht. Nee, also, ich war tatsächlich überrascht, weil ich noch das Gefühl hatte, es geht um beide, also um Frau und Kind. Jetzt ging es dann nur um Kind. Und das, jetzt spoilere ich aber wirklich, weil ich glaube, in der Berichterstattung ist nicht klar, warum dieser Sohn oder wie dieser Sohn stirbt. Aber er stirbt ja nicht bei einem Überfall, wie bei zum Beispiel, wie heißt der Gesetz der Rache, also Law Abiding Citizen mit Gerard Butler. Also so ein Vorsatz, sondern es ist ja eher ein Querschläger. Wie bei Punisher quasi. Wie der Punisher von Jonathan Hensley mit Thomas Jane, wo auch der, die Familie ins Kreuzfeuer gerät und verschuldet. Genau. Da ist ja quasi, aber Frank Castle ist ja Agent, das heißt, das kann ja schon mal passieren. Aber hier ist es ja wirklich, Joe Somebody hat einen ganz normalen Beruf und feiert gerade irgendwie Weihnachten und dann passiert halt so ein Upsi, also, ohne das jetzt, natürlich als Vater ist es schon wieder passiert. Von zwei Kindern ist er auch schön. Warum hat er nicht den Sicherheitsknopf da in seiner Knarre gedrückt? Aber ist nicht der Plan perfide, den er dann schmiedet? Also ist das nicht genau das, was er dadurch ja quasi wieder provoziert? Das ist so das, was ich dachte. Und dann gibt es ja am Ende so eine Szene, wo du denkst, Alter, also, es wäre jetzt angebracht, also, er will ja irgendwie helfen, aber tut es ja gar nicht. Und da dachte ich, hm, da gerate ich so ein bisschen an meine moralischen Grenzen, was ich noch so in einem Revenge-Flick natürlich irgendwie tolerieren muss, aber da dachte ich, hm, das gefällt mir gar nicht, dieser Aspekt. Du weißt, was ich meine, ich weiß nicht, ob wir das spoilern können, aber. Ja, ja, du meinst, also, man kann ja sagen, dass es gibt am Ende, ich nenne es mal Videospiellogik, am Ende erwartet dich der Endboss. Ja, genau. Und vor dem Endboss gibt es einen Zwischenboss. Dann nehmen wir es einfach mal so. Das, das, das macht der Film ja sogar relativ eindeutig, dass er dann klar macht, ja, nee, das ist schon okay. Ich fand tatsächlich eine Szene, vielleicht fünf oder zehn Minuten vorher, schwieriger. Wie sage ich das denn jetzt? da, da, da ist ja, also, es steht ja wirklich in seinem Plan, ich Spoiler jetzt, also Spoiler-Warnung, wer es nicht hören will, soll kurz weghören. Ähm, da steht ja wirklich in seinem Kalenderplan, wollen wir einen Bandenkrieg anzetteln, Fragezeichen? Also das ist so der Plan und du denkst so, ja, aber das ist doch genau der Punkt, warum dein Sohn halt gestorben ist, bei so einer Banden-Rivalitätsnummer. Also hast, du machst ja quasi, du bekämpfst nicht nur Feuer mit Feuer, sondern du provozierst das ja auch noch, indem du nochmal Öl ins Feuer gießt. Und das habe ich nicht verstanden. Und dann gibt es doch diese Szene, in der die Polizei dort ist und versucht halt zu retten, was zu retten ist. Und da wird halt quergeschossen, geballert, geballert und er will doch die eine Polizistin, ja, erst will er irgendwie helfen, aber dann ja auch nicht so richtig. Und das fand ich schwierig. War wirklich schwierig. Weil ich dachte so, aus dem Arsch gezogen ist ja sowieso dieses, ich mache jetzt das, was die Polizei sich nicht traut oder was sie schon längst hätten tun müssen. Das war ja mit dieser Detective-Nebenfigur, das hätte ich überhaupt nicht gebraucht. Aber das war so der Moment, wo ich dachte, jetzt verlierst du mich ein bisschen, was das Moralische angeht. Ja, ich muss auch sagen, es wirkte auch so ein bisschen so pflichtschuldig. Also er zertet diesen Bannenkrieg an und in diesem Bannenkrieg sterben auch Unschuldige, also Polizisten und er ist ja auch dabei und versucht halt Leuten zu helfen und schafft es aber halt nicht. Und ganz ehrlich, dann kommt dann dieser Gesichtsausdruck, wo du denkst, ja, es tut ihm leid, aber er muss halt seiner Mission folgen, weil er kann nicht anders, bla 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 und gut ist. Das ist halt wirklich Business as usual und das, das muss man auch sagen, da hätten auch Worte nichts geholfen. Das ist einfach nur schlecht erzählt und für meinen Geschmack auch nicht wirklich konsequent genug. Was ich auch schwach finde, ich habe ja schon gesagt, Videospiellogik, es gibt halt quasi so eine Art Endgegner, also so eine Art Oberbösewicht. Dieser Oberbösewicht zeichnet sich dadurch aus, er hat die meisten Tattoos. Das kann man so sagen. Also die Bösewichte, da sind halt, das sind so Gangs, inspiriert von dieser wahren hispanischen Gang, dieser MS-13 und die sind halt Abziehenschurken. Das ist halt so, wie wir Kleinbürger uns halt so Gangs vorstellen. So wird das gemacht, ist gut und schön, aber ich muss auch sagen, wenn es dann endlich dazu kommt, dass er seinem, ich nenne ihn mal Nemesis gegenübersteht, dann ist das, verpufft das so. Da ist, da fehlte mir dann wirklich der richtige Payoff und das ist enttäuschend und am Ende ist, geht Wu voll in seiner Melodramatik auf, das darf man auch nicht vergessen. Der Film ist, wenn Melodramatik wird, dann ist es auch Melodramatisch und zwar auf Level 11 von 10. Das muss man mögen. Es wirkt auf mich teilweise unfreiwillig komisch, aber gut, ich bin auch ein Typ ohne Herz, aber ich muss sagen, am Ende kam ich da auch raus und hätte mir wirklich gewünscht, dass es so ein bisschen auch einen richtigen Payoff gibt, denn ob der jetzt am Ende den Oberschurken da umnietet oder irgendeinen anderen Typen von der Straße, das hätte keinen Unterschied gemacht für mich. Ich finde auch, dafür kriegt dieser Gangster-Boss nicht genug Fleisch. Also der hat ja wirklich nur eine Handvoll Szenen und wird einmal mir irgendwie porträtiert als, ja, hat halt eine Freundin, mit der er irgendwie, die auf Heroin ist, also ist ja auch immer sehr verantwortungsvoll, wenn man seinen Freunden das Zeug gibt, von dem man jedem abraten sollte. Naja, gut, also darfst du ja auch als Dealer nie dein bester Kunde sein und gleichzeitig dann diese, ich weiß nicht, ob es ein Versuch sei, ihm eine Nuance oder ein bisschen eine andere Farbe zu geben, als er da dieses übliche, ich kümmere mich um meine Hood und die Kinder dort in der Hood, aber im Endeffekt sind das ja auch irgendwie gefühlt Eintreiber und Dealer für ihn. Da ließ mich ein bisschen ratlos zurück und deswegen ist für mich der auch von dir angesprochene sehr, sehr unbefriedigende Payoff, fand ich, dass ich am Ende dachte, ja, jetzt mach's halt zu Ende und dann läuft es auch sehr überraschungsarm. Die einzige Überraschung, dass ich dachte, dass der jetzt auch so richtig ein, also ich weiß, ich glaube, die Todesvariante, die den jetzt ereignet, also wirklich Hardcore-Spoiler jetzt, aber egal, Dauerspoiler-Sendung bitte in die Vollbeschreibung. Aber das ist ja jetzt nichts, wo du so denkst, boah, das ist jetzt aber mal richtig gory und irgendwie so, wie wir das erwartet haben. Wobei ich das gefeiert habe, was ich gefeiert habe, aber das fand ich gut, weil das war so die Todesmethode, wo ich dachte, das ist so, da kann seine ganze Wut mit reinkommen. Ja, das stimmt. Das hatte schon was, aber der ganze Weg dorthin war, also wie gesagt, die Action ist gut, das kann man nicht anders sagen. Es gibt Regisseure, die würden sich wünschen, so gut Action zu funktionieren wie John Who, der hier wahrscheinlich nur mit halber Kraft zu Werke gegangen ist. Eine Frage, du hast es ja gerade schon angesprochen zum Thema Gewalt gerade. Der Film hat eine FSK-18-Ergabe, bekommen. Hat mich ehrlich gesagt dann am Ende überrascht. Ich glaube tatsächlich, die hatte auch vielleicht deswegen, wie der Film halt diese Gangs darstellt. Ja. Man kann da nämlich schon durchaus, es ist, es hat schon was, es ist schon was, der Film ist schon sehr erzreaktionär. Das muss man ganz klar sagen. Ja, das ist absolut. Und ich glaube, dass die FSK in Deutschland grundsätzlich ein großes Problem mit diesen Rache-Dingen hat. Also ich glaube, diese Bronzen-Dinger waren ja lange indiziert, diese Ein-Mann-sieht-Rot-Reihe, der Deathwish mit Bruce Willis, den ich nicht gesehen habe, der ist ja auch FSK-18, der Punisher war lange indiziert, der zweite glaube ich auch. Das heißt, diese Selbstjustiz-Sachen mögen die glaube ich bei der FSK gar nicht. Und vom Blutgrad muss ich ja wirklich sagen, dass die für mich ekligste Szene war die Operation an seinem Kehlkopf da. Das fand ich, also es hört ja einfach nicht auf und das Geräusch dazu war, aber der Rest verläuft jetzt so. Gerade bei diesem Anteasern des Videotutorials, was er so mit dem Messer anstellen kann, dachte ich, das wird ja einfach, also let the bodies hit the floor und lass die Gedärme tanzen. Und das müssen wir hier auch leider, wer jetzt richtig Bock auf irgendwie Terrifier 2-Sachen hat, das ist der Film definitiv nicht, muss ich sagen. Da ist schon Blut dabei. Es ist halt aber auch kein Heroic Bloodshed, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so wie früher, sondern es ist halt Bloodshed. Genau, also irgendwie, weißt du, wenn ich an John Who denke und an Ballern, dann denke ich automatisch immer an die Krankenhaus-Szene aus Hardball. Ja. Und davon ist halt Stumme Rache, ist halt weit entfernt. Das ist natürlich auch unfair, jetzt zu erwarten, dass es genau das gleiche nochmal kommt. Ähm, aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn dieser Film in die Kinos kommt und da werden einige Leute reingehen, allein wegen John Who, weil der hat einmal viele Fans. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Großteil wirklich befriedigt da rauskommt. Ich glaube tatsächlich, dass der Film, das, und ich fand ihn insgesamt nicht schlecht, aber ich glaube, der wird richtig hart auf die Nase fallen und der wird richtig fiese, äh, Publikumstimmen abbekommen. denn, ich weiß ja zusammen, es braucht Ewigkeiten, bis mal irgendwas Action-mäßiges passiert. Wirklich Ewigkeiten. Ja. Und dann hast du Action, die gut ist, aber die nicht brillant ist. Und bei John Who, der nach 20 Jahren nach Hollywood zurückkehrt, ganz ehrlich, da hat man einfach eine gewisse Action-Brillanz erwartet und die liefert er hier einfach nicht. Man merkt auch, dass er eine Sache wirklich noch nie so richtig, also ich kann mich zumindest jetzt nicht bewusst daran erinnern, außer in Paycheck an, und natürlich Mission Impossible 2, an Motorrad-Auto-Verfolgungsjagden. Und hier gibt es auch mal so ein bisschen was mit Motorrad-Auto, aber sämtliche, ich glaube, es gibt zwei etwas längere Auto-Verfolgungsjagden, die sind, wenn es kracht, sehr griffig, sieht gut aus, gerade Slow-Mo, also Sexnider gefällt das, aber wenn Autos Verfolgungsjagden fahren und du merkst so, Alter, die fahren da gefühlt mit 20 lang und das merkt man, das sieht man sogar im Kino, dass da wirklich langsam, also sie fahren nicht schnell, da kann der Schnitt auch und das muss man echt sagen, der Film ist nicht zerschnitten, das ist okay, aber du müsstest da wahrscheinlich sogar durch den Schnitt ein bisschen Dynamik reinbringen, damit du das kaschierst und das tut er halt nicht. Ich finde, John Woo war schon immer jemand, der unheimlich gut Action-Szenen mit Schießereien choreografieren kann und da war ich auch echt, ich dachte so, als es dann so, da sind die Goons, da ist der, da ist hier, da Brian, jetzt wird geballert, dachte ich, jetzt geht's los, jetzt geht's richtig, wo ist die zweite Wumme und dann dachte ich so, ach schade, dass irgendwie hätte ich da, ich war schon nicht jetzt, dass ich dachte, ich kriege jetzt Face-Off Teil 2, sondern ich war schon nicht mit höchsten Erwartungen reingegangen, aber selbst die wurden da in der, im Action-Belangen ein klein wenig enttäuscht, weil wie gesagt, die Autosverfolgungsjagden sind nicht gut inszeniert im Sinne von, du hast echt nicht das Gefühl, dass da Tempo hinter steckt und die Schießereien, die hat du schon x-mal besser inszeniert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fand den Film auch so vom Farbfilter-Look her wirklich sehr, sehr hässlich. Er bekommt keinen Schönheitspreis, ganz klar und gerade so am Ende, wenn der Look wirklich so versucht wird, nochmal so ein bisschen grittier zu sein und als es ist, wirkt es sehr, sehr erzwungen. Aber ich muss hier nochmal was Positives sagen, ich finde halt schon, dass der ganz tolle Elemente hat, was das Visual Storytelling angeht. Also es gibt, oder auch Ideen, also es gibt so eine schöne Szene am Schießstand, wie er da inszeniert, wie er schießt oder wenn du diese, diese, diese Montage hast, die ja wirklich sehr lang ist, da gibt es so viele tolle visuelle Ideen, die haben mir wirklich gefallen und es ist halt so schade, dass das alles nicht zu einer Klimax führt, wo ich sage, boah, das war jetzt ein richtig geiler Abschluss und das ist halt einfach zu lang. Also er fühlt sich halt, er geht 105 Minuten und er fühlt sich manchmal sogar doppelt so lang an und es ist schon irgendwie seltsam, ein Film, der so entschlackt ist, der aber diese ganze Phase dieser, wie Joel Kilman zum Rächer wird, so ausgiebig erzählt, nonverbal, das ist schon seltsam, weil er auf der einen Seite so entschlackt ist, auf der anderen Seite so viel Zeit und Effort da rein investiert und es letztlich für mich nichts wirklich an Mehrwert gebracht hat und wenn du nichts mehr hättest, lieber Timo, können wir gerne zu einem Fazit kommen. Ja, ich glaube, das ist so ein klassischer, funktioniert als 30-minütiger Kurzfilm besser mit dem Gimmick und so weiter. Ich will noch dazu sagen, das ist natürlich dann etwas schlüssiger, also ich habe mir wirklich zwischendurch die Frage gestellt, wie wollen sie das denn jetzt machen, dass der jetzt gleich eine ganze Gang hops nimmt, aber das wird dann ja, wenn du dich ein Jahr oder sagen wir mal, netto war es dann ja ein Dreiviertel oder ein halbes Jahr, wenn du dich da quasi einmal in Shape bringst und dir, wie gesagt, dank YouTube alles an Wissen aneignen kannst, was du brauchst, um ein paar Dutzend Männerkalt zu machen, das kaufe ich dann noch. Ich will jetzt wirklich nicht die Plausibilitätsschiene bei John Woofah und das fand ich dann sogar schon recht schlüssig und ich muss auch eine Sache sagen, nach der Vorführung waren einige da, die die Hauptdarstellerinnen ein bisschen kritisierten, die sei so schlecht gewesen, ich fand die okay, also ich muss das wirklich sagen, ich glaube Schauspielen ohne Worte ist wahnsinnig schwer, wenn du jetzt nicht die Mimik eines Robert De Niro oder sonstigen hast, der das da irgendwie rausholen kann, aber das waren von den Leistungen her, war es okay. Ich muss aber sagen, ich fand auch, weil der Referenzpunkt The Punisher vorhin war, der ist 20 Jahre älter, der ist auch slow paced für einen Rache-Film, aber der gefällt mir dann nach wie vor noch eine ganze Ecke besser als Silent Night. Das war eigentlich schon mein Fazit. Ja, kann ich so weit mitgehen, ich fand es auch erstaunlich, dass Silent Night ein John-Who-Film ist, der aber tatsächlich näher an Punisher und Death Wish ist als an Hard Boiled oder Face Off. Nichtsdestotrotz, ich finde, wenn man so Bock hat, mal zu sehen, wie man nonverbal erzählt, dieses Visual Storytelling, dann kann man sich den gerne angucken, aber man darf bitte kein wirkliches Actionfest erwarten. Der Film hat Action, das haben wir schon rausgestellt, die ist gut, die ist sogar vielleicht sehr gut, aber sie kommt einfach nicht an das heran, was man von einem John-Who erwartet. Dementsprechend für mich ein guter Film, aber gleichzeitig auch, bin ich ehrlich, eine Enttäuschung. Und ich bin gespannt, was jetzt als nächstes passiert, denn, ich weiß nicht, ob du es wusstest, lieber Timo, John-Who arbeitet ja gerade an einem Remake seines Films The Killer für Peacock mit Omar Sy in der Hauptrolle und das klingt so abstrus, dass ich echt darauf gespannt bin. Wirklich. Und das ist so etwas, was schon so nach Streaming-Dienst klingt, mit so einer wirklichen, du hast das Gefühl, wir hauen einmal ein paar Namen internationaler Couleur in den Mixer, das klingt fast eher nach Netflix, aber diesmal ist es Peacock. Ich bin echt gespannt, ich mag ja The Killer sehr, sehr gerne. Ja. Ich mag ihn, es darf jetzt Dom nicht hören und auch Christoph nicht, ich mag den auch sehr viel lieber als den Fincher-Killer, auch wenn man die natürlich nicht vergleichen kann, aber wenn ein Film halt gleich heißt, dann dringt sich das auf. Ja. Ja. Ja, also du hattest gesagt, Ertäuschung, ja, ich war auch ein mildes bisschen oder ein kleines bisschen enttäuscht, weil ich aufgrund des Namens ein bisschen mehr erwartet hätte, obwohl ich geringe Erwartungen hatte. Und ich glaube, ich würde gerne den Feldversuch mit jemandem machen, der nicht weiß, von wem der ist und vielleicht John Woo gerne mag und würde ihm einfach mal den Film zeigen und dann fragen, und, von wem meinst du ist der? Ob er dann auf John Woo kommen würde, weiß ich nicht. Ja, wobei ich ja immer auch so das Gefühl habe, dass diese eine Szene, wenn dieser Papagei auf dieser Fensterbank sitzt, das ist schon so ein Anzeichen von John Woo, das uns die lange Nase zeigt, weil wir warten auf weiße Tauben und sie kommen nicht. Da kommen wir ja ein Papagei auf einer Fensterbank. Aber es war das Comeback der 9mm Beretta, die mag ich ja im Film, also ich bin jetzt kein Waffennahr, aber ich finde, das ist eine Waffe, da habe ich das Gefühl. Hast du den Bravo-Star-Schnitt davon? Nee, aber ich habe das Gefühl, das wäre eine Waffe, die ich checke. Also es gibt ja so Waffen, da denke ich manchmal, wie macht man das? Aber bei der denke ich so, die habe ich in so vielen Filmen, also Lethal Weapon, das ist die Haus- und Hofwaffe von John McLean, zumindest der ersten drei Teil, ich glaube in vier, fünf, nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich verstehe die Waffe und weiß, wie sie funktioniert, obwohl ich sie nie in der Hand hatte. Luke, lass das nicht spürt sein, nimm lieber eine Beretta. Nimm eine 9mm Beretta, die Italiener können bei Waffen nichts falsch machen. Ja. Okay. Damit sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Übrigens, dieses YouTube-Tutorial-Video, ja? Timo, vielleicht kannst du mir helfen. Ja. Ich bin auf, ich möchte gerne ein kurzes Video haben, in dem mir erklärt wird, welche Reihe zuerst stattmacht. Fast and Furious oder Soar. Wo könnte ich sowas finden? Hast du da einen Tipp für mich? Das ist gut, dass du mich das fragst. Das könntest du bei uns finden, also bei uns dem Tele-Stammtisch, denn wir haben einen Adventskalender für euch aus den Rippen uns geschnitten. Also wirklich mit Fleisch, Blut, Schweiß und Tränen und auch der einen oder anderen, wir verlassen gesammelt die Redaktion und treten zurück. So wie das in schlechten Fußballvereinen geführten oder in schlecht geführten Fußballvereinen auch gerne mal ist und dann sagt man zwei Stunden später, nee, Edgy Batch, wir haben uns doch wieder alle lieb. Spaß beiseite. Hört da unbedingt mal rein, den könnt ihr bei YouTube sehen, den könnt ihr in einem Extra-Feed in eurem Podcatcher der Wahl, könnt ihr abrufen und wir haben wirklich da, ich muss da jetzt auch mal einfach, ich muss da aus dem Wegkessel, da hat der Stu unter anderem wirklich eine tolle Palette an verschiedenen Fragen kreiert, die die Redaktion finde ich mal sehr, sehr interessant, mal sehr, sehr witzig, mal sehr, sehr ernsthaft beantwortet. Hört da einfach mal rein. Grüße an Sven. Ja, muss auch, Mut zum Kurze, also in der Kürze liegt die Würze, sagt man glaube ich. Das sind drei Euro in unserer Tele-Stammtisch-Podcast-Schwein. Mache ich aber. Nee, super, also ich habe richtig, ich habe mir, ich weiß nicht, ob du das manchmal auch so gemacht hast, als Kind, ich habe das früher gern gemacht, so mal drei, vier Adventskalendertürchen aufsparen und dann am Samstag einfach vier, fünf, sechs, sieben, acht wegnatzen und danach richtig Bauchweh haben und das habe ich jetzt letzte Woche, ich habe mir den vierten, fünften und sechsten Dezember hintereinander weggehört und ich hatte so Bock noch auf sieben und acht und musste sagen, nein, die gibt es ja erst morgen. Denn das ist das Schöne, bei unserem Adventskalender kam man ja nicht vornaschen. Bei uns war es immer so, also meine Mutter hat mir immer selbst einen gebastelt und da gab es auch keine Kekse oder Schokolade, da gab es immer so kleine Geschenke, immer so ganz, wirklich ganz, ganz kleine, so einen Kugelschreiber, aber es gab auch immer jedes Jahr zwei etwas größere Geschenke und zwar gab es immer einmal einen Kinobesuch, da war ich ganz stolz drauf und auch immer einen Ausflugsbesuch, also mal ein Zoo oder mal ein Flughafen, besichtigen, das weiß ich noch. Deswegen hatte ich immer sehr viel Freude mit meinem Adventskalender, muss aber sagen, dass ich das mehr als einmal diesen Adventskalender schon natürlich am ersten Tag komplett geplündert habe und dann immer so getan habe, guck mal Mutter, hier Türchen drei. Selbstverständlich, also gerade bei diesen billigen 24 Türchen Schokokalendern, einfach mal ein bisschen schütteln, dann fallen die Sachen eh raus und dann kannst du sie so unten aus dem Rand rausnehmen. Oh, das hätte ich jetzt, wenn uns Kinder zuhören, bei Silent Night könnte das ja durchaus sein, habe ich jetzt den Eltern den Adventskalender für die Jahre versaut. Wir müssen ja etwas selber basteln, wie ist du es, Mama? Genau. Weißt du, andere Podcasts hat den Service, wie wüsst du nicht, der Tele-Stammtisch hier kriegt hier alles geboten, für Kritik und Erziehungstipps. So ist es. Trotz allem machen wir jetzt mal den Deckel-Drupp. Wir haben genug gesagt zu Silent Night, zu Adventskalendern und zu John Who. Ich danke euch fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem auf unserer eigenen Webseite www.tele-Stammtisch.de und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Danke an dich, Timo und ich sage tschüss und Timo, dir gebührt das letzte Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.